Hi, ich bin der Olli, der Zeremonienmeister von Don Carne. Und ich zeige dir heute, wie du ganz einfach ein perfektes Steak zubereitest. Man kann ein Steak sehr gut in der Küche mit Pfanne und Backofen oder auf jedem Grill, ob Gas- oder Kohlegrill, zubereiten. Man muss daran denken, dass man einmal eine hohe Temperatur braucht für eine schöne Kruste und eine niedrigere Temperatur, um ein schönes zartes Fleisch hinzubekommen. Ich persönlich nehme am liebsten einen Kohlegrill. Direktes Grillen bedeutet, man hat das Fleisch direkt über der Hitzequelle. Das ist perfekt, um schöne Röstarum zu erzeugen. Indirekt bedeutet, man hat es abseits der Hitzequelle und das ist perfekt, um es nachzuziehen und bis zum perfekten Garpunkt zu bekommen. Im Gas-Skill kann man sehr leicht das Steak von beiden Seiten erst scharf angrillen und danach in den indirekten Bereich legen, um es gar zu ziehen. Auf dem Kohlegrill rösten wir erst beide Seiten scharf über der direkten Hitze an und dann legen wir es in den indirekten Bereich mit geschlossenen Deckel und warten, bis die Temperatur da ist, wo wir sie haben möchten. In der Küche rösten wir das Steak am besten in einer möglichst schweren und heißen Pfanne von beiden Seiten kräftig an und legen es dann ohne die Pfanne in den Backofen und bei niedriger Temperatur warten wir, bis es die Kerntemperatur erreicht hat. Die Kerntemperatur ist die Temperatur, die das Steak in der Mitte hat und die gibt uns Auskunft darüber, welchen Gargrad wir gerade haben. Am besten misst man das mit einem Einstechthermometer, das ist sehr genau. Ein perfektes rosanes Steak haben wir, wenn wir eine Kerntemperatur von ungefähr 57 Grad erreicht haben. Die Flammen entstehen ja dadurch, dass das Fett in die Hitzequelle tropft. Wenn das passiert, muss man keine Angst haben und man muss auch nicht ablöschen, mit Bier schon mal gar nicht. Man nimmt das Steak einfach dann in den indirekten Bereich oder schließt den Deckel und dann hört es normalerweise auf. Normalerweise muss man ein Steak nur ein einziges Mal wenden, nach zwei, drei Minuten, je nachdem wie heiß der Grill ist. Für eine schöne Kruste müssen wir das Steak über sehr hoher Hitze von beiden Seiten kräftig anbraten. Ein Steak sollte vor dem Servieren noch drei bis fünf Minuten ruhen, damit sich das Fleisch entspannen kann und weniger Saft hinterher ausläuft. Ich hoffe, du hast Appetit bekommen und probierst es einfach mal aus. Ich hoffe, du hast Appetit bekommen und probierst es einfach mal aus.